wir sind wieder dabei maniak menschen letztes mal haben wir das paket geklaut wir haben herausgefunden das geben wollen überall ist sogar maniak menschen und wir haben einen tollen song aufgenommen dem jetzt gleich noch mal abspielen und den schlüssel zu bekommen niemand im haus hört es irgendwie merkwürdig oder scheiben gehen kaputt kronleuchter fällt runter aber keiner merkt was naja für uns ist es ja eh gut also im schlüssel brauchen wir eigentlich nicht aber jeder von den lustigen bewohnern da außer der grüne tentakel steckt uns ins gefängnis und ja im gefängnis kommst du so leicht da nicht raus und deswegen ist es nicht schlecht wenn wir den schlüssel dabei haben wir gehen jetzt erstmal hier rein und drücken jetzt den kobold denn hier ist ja so eine tolle tür die kann keine türklinke hat und deswegen müssen wir den geheimgang nehmen und hier sieht man nichts ja hier ist der kerntaktor mit dem läuft alles den könnten wir hier ausschalten aber ja ich glaube nicht dass das so gut wäre also das war jetzt nicht so klar jetzt müsste eigentlich gleich jemand eine wache komme ich hasse das kommt schon über den läuft das alles und wenn wir den so lange aus haben dann explodierte alles ich mache das vielleicht jetzt nicht aber ich kann ja mal ein ende machen wie das aussieht werden alles explodiert ok mit dem zum glück kommt keine mit dem öffnen wir jetzt erst mal das tor hier jetzt wir haben wir vor stark trainiert sind die stärkers an und schwarzenegger leichtigkeit einfach ja und da kommen jetzt rein aber erst mal die wir durch die wunderhübsche blutige küche geben wir jetzt erstmal wo das vorige leckere essen vergammelte lecker essen war sollte nicht das noch was und gehen in den garten denn wir haben jetzt einen schlüssel ich hoffe der ist es ok gut öffnen wir schon mal die tür und stellen den ct hin da gehe ich nicht herunter der ist doch voller wasser mein gott wasser ja aber das wasser ist echt nicht so gesund schau wir nehmen jetzt mal hier das glas hier nimmt zu bilden und jetzt schauen wir es uns mal an in dem glas ist radioaktives wasser was gibt es denn gesünder ist ok wir haben wir vor das torf gekriegt und wir lassen jetzt erst mal das wasser ja ablaufen damit wir in den pool können ja aber da müssen wir uns auch wieder beeilen denn sonst geht hier mal wieder alles in die luft das kühlwasser für den traktor und ja also es wäre jetzt nicht so schlimm und dem doktor hier und dann und so weiter aber ich glaube ich glaube da ist die frage oh nein der pool ist schon wieder leer jetzt schmilzt mir wieder der reaktor wie soll ich die welt übernehmen wenn das budget so klein ist immer diese billige ausrüstung junge wird der meteor sauer sein blaukopp tentakel stellgestattet und da sind jetzt das böse den lila purpur tentakel mein ich möchte ich ja sr doktor franz ja purpur tentakel zu befehl schnell überprüfe den traktor jawohl sr ja schließen wir ihn vielleicht mal wieder denn wir würden dann auch in die luft fliegen und ich glaube das wäre nicht ganz so gut wir haben wir vorher toll trainiert und können jetzt auch die garage öffnen stark sind wir dann nehmen wir jetzt mal hier und jetzt sind wir hier das tolle auto ein ja das eigentlich normale wäre vorgekommen würden glück habe das einfach nicht gekommen ist und wir haben dann noch vorher den tollen gelben schlüssel geklappt und können jetzt hier das aufmachen und nehmen das werkzeug ja und jetzt mal frage was passiert mit so einem schönen auto ohne reifen war wohin liegt man erfährt man am besten nach fliegen passt glaube ich erst besser schauen wir mal benutzt mit der schüssel mit dem auto ja jetzt wissen wir wo das auto hingeht okay wir haben jetzt den doktor hat erstmal genug geärgert schalten jetzt mal erstmal wieder nicht mehr reaktor ein oder aus sondern obwohl kann man gleich noch machen wir gehen jetzt erstmal hoch und schauen uns weiter oben hier müssen wir noch nicht rein da ist auch nichts wichtiges drin können auch mal hier reingehen auch wenn da auch nichts wichtiges drin ist das zimmer brauchen wir aber ehrlich gesagt nicht wir machen jetzt gleich was ganz anderes wir gehen jetzt mal ein wir haben jetzt vorher noch in der garage außerdem schön außer das schöne auto kaputt gemacht haben wir jetzt auch noch hier wir sehen ja hier hinten hier ist eine telefonnummer und die bräuchten wir von der wunderhübschen etna die brauchen wir und wir haben ja vorher ja dem wasserangriff genommen und den kommers daran tun denn der hat der geht ja nicht einfach so weg er ist eigentlich tot aber trotzdem kann sich noch bewegen nicht schlecht okay hier ist die nummer es wäre nicht schlecht wenn wir wenn wir uns die mal merken eins fünf vier sieben okay gut hoffentlich haben wir es uns alle gemerkt weiter geht's wir gehen jetzt erstmal hier rein in das zimmer da waren wir auch noch nicht drin und schauen uns hier die die man manipulierte und dann sieht schon so merkwürdig aus aber naja gehen manipuliert ist jetzt ist es besser als eine cola und dann das kann man später macht mit der pflanze das brauchen wir wollen sehen hier den tonnen farbklecks und die farbe wollen wir mal weg haben deswegen nehmen wir den pinsel mit dem farbunferner und streicht mal die wandern und was kommt da eine tür dann schaut mir die firmedienung an und machen das licht an ja und wir sehen diese dritte und die sollten wir reparieren aber schauen wir sie mal ziehen wir sie mal zusammen oder benutzen wir das werkzeug ja da ist ja noch strom wäre vielleicht gar nicht mehr so schlecht ausmachen aber für das glaube ich schauen wir uns das lieber erst in der nächsten folge an also bis bald euer mc mafix ja 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 Vielen Dank.